Hallo und herzlich willkommen bei Wisdom Talks, dem Podcast zum METES-Projekt, dem Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraktiken. Zu finden sind wir auf www.metes.ethz.ch. Wenn Sie Franz Kafka hören, denken Sie wahrscheinlich an die Verwandlung Gregor Samsas in einen Käfer oder an den bildungssprachlichen Ausdruck Kafkaesque. Würden Sie aber Franz Kafka und seine Erzählungen, Gleichnisse und Parabeln mit Weisheit oder Weisheitsliteratur in Verbindung bringen? Oder würden Sie gar auf Franz Kafkas Literatur zurückgreifen, wenn Sie Rat im Leben suchen? Heute sprechen wir mit Andreas Kilcher. Er ist Professor für Literatur und Kulturwissenschaften an der ETH Zürich und ausgewiesener Kenner des Lebens und Werkes Kafkas. Falls Sie sich schon in der Schule gefragt haben, warum um alles in der Welt sich Gregor Samsa in einen Käfer verwandelt und Sie sich jetzt fragen, was das mit Weisheitsliteratur zu tun hat, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen, Herr Kilcher. Und vielen Dank, dass Sie uns nach dem Podcast zur Einführung ins Judentum nun schon ein zweites Mal hier Rede und Antwort stehen. Guten Tag, Frau Morawetz. Freue mich sehr, dabei zu sein. Sie haben sich eingängig mit Franz Kafka auseinandergesetzt. Kommt es in Ihrem Leben häufiger vor, dass Sie die Situation als kafkaesk wahrnehmen? Ich gehe mit diesem Begriff eher sparsam um, weil er zum Teil auch sehr, ich sage mal, inflationär oder auch merkwürdig verwendet wird. Es ist aber trotzdem interessant, kurz nachzufragen, wann dieser Begriff überhaupt entstanden ist. Der ist nämlich in den späten 30er Jahren in England entstanden, also zuerst in der englischen Fassung kafkaesk, dann auch in Frankreich und bedeutete dort so etwas wie absurd, eine Situation, die man nicht bewältigen kann, auch oft verbunden mit irgendeiner bürokratischen Hürde. Und dann in der französischen Fassung war es dann tatsächlich eher im existenzialistischen Sinn oder existenziellen Sinn, eben die Absurdität auch des Lebens. Das ist kafkaesk. Also bei Camus oder Ionesco, die liebten das Wort auch sehr. Und das ist dann also nicht nur auf die Literatur oder das Leben Kafkas angewendet worden, sondern auf so ganz menschliche Gründerfahrungen vielleicht? Genau, die Gründerfahrung der Absurdität oder der Sinnlosigkeit oder des Nicht-Zurecht-Kommens. Und ich glaube, die heutige Vermendung ist wahrscheinlich eher so auch im bürokratischen Sinn. Also kafkaesk heißt, ja, man gerät in eine Situation, aus der man keinen Ausweg sieht, sondern die man auf unverschuldete Weise hineingeraten ist und behindert wird, sich zu entfalten. Aber ich weiß nicht, ob Sie auch Erfahrungen haben, in der Sie das Wort schon angewandt haben. Ich wende es quasi nie an. Ja, ich kenne das Wort irgendwie schon und es ist halt für mich so irgendwas Bedrückendes, was Auswechsloses, aber ich wende es jetzt eigentlich auch nicht an in meinem Alltag. Trotzdem sehr interessant, dass es dieses Wort eben gibt und scheinbar auch aus der Literatur Kafkas entstanden ist und aber so ganz, ganz allgemeine Erfahrungen widerspiegelt. Richtig, ja, genau. Kafka wird nicht von allen Menschen sofort mit Weisheit oder Weisheitsliteratur in Verbindung gebracht. Es gibt aber einen kurzen Text, mit dem wir vielleicht eine Brücke zu Weisheitsthemen schlagen können und der heißt Von den Gleichnissen. Ich lese den kurz vor. Viele beklagen sich, dass die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien, aber unverwendbar im täglichen Leben und nur dieses alleine haben wir. Wenn der Weise sagt, gehe hinüber, so meint er nicht, dass man auf die andere Seite hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Trüben, etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und das uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich sagen, dass das Unfassbare unfassbar ist und das haben wir gewusst. Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge. Darauf sagte einer, warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei. Ein anderer sagte, ich wette, dass auch das ein Gleichnis ist. Der Erste sagte, du hast gewonnen. Der Zweite sagte, aber leider nur im Gleichnis. Der Erste sagte, nein, in Wirklichkeit, im Gleichnis hast du verloren. Herr Kircher, mir scheint, es ist ein Gleichnis über Gleichnisse, ein Gleichnis über den Gleichnisgebrauch in der Weisheitsliteratur vielleicht, weil der Weise kommt ja auch vor. Haben Sie eine Idee, wie man dieses Gleichnis auflösen könnte? Also Ihre Vermutung ist natürlich völlig zutreffend. Das ist ein sehr interessanter Text, weil er einerseits tatsächlich über die Gleichnisse nachdenkt, also wie Gleichnisse funktionieren. Und zweitens, die er auch auf die Worte der Weisen bezieht, indem er davon ausgeht, dass die Gleichnisrede offensichtlich die Worte der Weisen auszeichnet. Oder anders gesagt, dass in der Weisheitsliteratur oft Gleichnisse verwendet werden, was auch zutrifft, also wenn man von der biblischen salomonischen Literatur ausgeht, aber auch natürlich in anderen Kontexten für Kafka ist das vielleicht der Referenzpunkt. Also die Worte Salomos, die auch im Hebräischen die Gleichnisse Salomos heißen, das sind die Worte der Weisen. Können Sie da vielleicht gerade mal ein Beispiel machen für die Worte von Salomo und was daran sind dann Gleichnisse? Wie hört sich das an? Ja, also es ist tatsächlich ein Text über Gleichnisse, wie Gleichnisse funktionieren. Das ist das eine, was ihn für uns interessant macht. Und er zeigt auch und ist bewusst darüber, dass die Worte der Weisheit oder die Weisheitsrebe eben oft Gleichnisse verwendet. Also Gleichnisse sind sehr typisch für Weisheitsliteratur. Das weist der Text und stellt es aus. Was sind denn genau Gleichnisse? Können Sie da vielleicht ein Beispiel machen? Also ich stelle mir vor, dass Kafka an der Stelle wahrscheinlich die biblische Version davon vor Augen hat, die ihm am ehesten bekannt ist. Also die salomonischen Gleichnisse, die ja im Hebräischen eben Mischle-Schlomo heißen, also die Gleichnisse Salomos. Und die auf dem Prinzip basieren, dass man Lebensweisheiten, Prinzipien, Vorstellungen wie das Leben in diesseits oder auch in Bezug auf Gott zu führen ist, dass dieses immer in Gleichnisform gesagt sein soll und nicht direkt. Und das spricht der Text ja genau an. Also wie funktionieren Gleichnisse? Und er tut das, indem er eine Spannung auftut zwischen dem quasi täglichen Leben, unserem Leben und dem Leben, von dem die Gleichnisse sprechen, was offensichtlich ein sagenhaftes Trüben ist. Und ist das dann auch eine Kritik an diesen Weisheitssprüchen, weil sie eben nichts mit dem alltäglichen Leben zu tun hat, sondern irgendwo hinweisen in Worten, mit denen wir aber gar nichts anfangen können, weil es nichts mit uns zu tun hat? Ich denke, es hat etwas von einer Kritik, ja. Also faktisch führt der Text uns vor Augen, dass die klassische Weisheitsrede mit Gleichnissen etwas zu zeigen, man könnte sagen didaktisch, pädagogisch, dass die nicht mehr funktioniert. Man kann eigentlich sagen, ein Gleichnis will eigentlich immer etwas zum Ausdruck bringen. Es hat einen sehr didaktischen und pädagogischen Zweck, den es erfüllen soll. Und es wird damit gerechnet, dass wir etwas Abstraktes, zum Beispiel eine moralische Anweisung, viel besser verstehen, wenn wir die in einem konkreten Beispiel serviert bekommen, also eben über ein Gleichnis und nicht in einer abstrakten Form. Also zum Beispiel, du sollst nicht töten oder irgendeine Anweisung oder eine moralische Handlungsanweisung, die soll vermittelt werden über ein Beispiel, über einen Umweg, der eben konkret ist, der etwas anschaulich macht. Aber das wird hier eben genau verweigert. Und Kafka problematisiert, dass dieser Umweg, der eigentlich dazu dienen sollte, etwas anschaulich zu machen, etwas noch abstrakter macht, als es eh schon ist. Genau, also er zweifelt daran, dass dieses G hinüber, dass das noch funktioniert. Und das G hinüber ist eigentlich ziemlich interessant, weil es eigentlich eine Übersetzung des Begriffs Metapher ist. Metapher heißt ja Metaphoren, hinübertragen. Also Meta hinüber, phoren ist tragen. Und dieses G hinüber ist eigentlich das, was die Metapher macht, indem sie einen abstrakten Sachverhalt, einen Gedanken, hinüberträgt in einen anderen, zum Beispiel in einen konkreten. Und das sagt dieses Gleichnis, dass es eben nicht mehr funktioniert, weil dieses drüben ein sagenhaftes ist. Zum Beispiel eben die göttliche Welt oder irgendetwas, was dem Bereich der Metaphysik angehört. Und ist es dann auch eine Kritik daran, dass sich Weisheit, die sich eigentlich mit dem guten Leben beschäftigen sollte, aber eben mit mystischen Dingen beschäftigt und mit transzendenten Lebensweisen oder Entitäten, auf die man aber irgendwie gar nicht zugreifen kann, wenn man nicht eh schon dort ist. Genau, also der Gegenpol ist hier bei Kafka ganz stark unser tägliches Leben. Also das heißt, das Leben im Alltag, Arbeiten, Aufstehen, Essen, also das ganz profane Leben und die Gleichnisse, die sprechen von etwas vielleicht sublimen, jenseitigen, unfassbaren, heißt es ja. Also nicht unser profanes Leben. Und man kann sagen, das ist auch das Moderne an diesem Text. Er will die tägliche Arbeit, das tägliche Leben, die tägliche Mühe, das sind Begriffe, die hier vorkommen, die werden angesprochen. Und die alte Gleichnisrede wird demgegenüber, wie Sie sagen, kritisiert, zumindest stark in Zweifel gezogen. Und ich glaube, der stärkste Zweifel ist eigentlich, dass sie tautologisch sind. Und zwar heißt es ja, sie sagen nur, dass das Unfassbare unfassbar ist und das haben wir gewusst. Also sie können uns gar nichts Neues beibringen oder gar nichts Neues zeigen. Genau. Aber dieser Text geht ja noch weiter. Es treten plötzlich zwei Figuren auf. Es entsteht ein Dialog. Man weiß nicht genau, woher sie kommen. Was spielt dieser Dialog für eine Rolle in dem Gleichnis? Oder für was steht dieser Dialog? Genau, das ist hochinteressant, dass es zuerst eine Reflexion, man kann sagen, gibt über das Scheitern der Worte der Weisen in unserer Zeit, in einer Moderne, wo es um das tägliche Leben geht. Und dann in einem zweiten Teil wird dieses kritische Reflektieren über das Gleichnis nochmals wie in einem Dialog verhandelt. Und da wird klar, das ist alles nicht so einfach. Die Positionen werden noch komplexer, indem einer anfängt zu reden und sagt, Ja, würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wärt ihr sogar der täglichen Mühe frei geworden. Also ihr könntet euch von den Mühen des Alltagslebens befreien, wenn ihr den Gleichnissen folgen würdet. Also wenn ihr nicht aufbegehren würdet, dagegen, dass es absurd erscheint oder dass man sich an das alltägliche Leben klammert? Genau. Also man sollte vielleicht sogar jetzt ein bisschen Abwandlung von Kant sagen, habe Mut, dich des Gleichnisses zu bedienen oder auf die Gleichnisse einzulassen, in dieses Andere hinüber zu gehen. Und dann kannst du dich vielleicht sogar von diesen täglichen Mühen endlich mal ein bisschen lossagen und musst dich immer fixiert sein auf den Alltag und sagen, ich brauche gar nicht die Worte der Weisen, ich muss mich mit dem Alltag beschäftigen. Und obwohl man nicht weiß, was in diesem drüben ist. Genau. Aber es ist irgendwie, der anfängt zu reden, der sagt, ja, würdet ihr diesen Gleichnissen folgen, dann wärt ihr der täglichen Mühe sogar frei. Also das ist ein ziemlich großes Versprechen. Plötzlich kommt einer und sagt, die Worte der Weisen, die sind gar nicht so blöd. Aber darauf antwortet der Zweite dann wieder, aber auch das ist ein Gleichnis. Damit hast du mir gar nicht geholfen, weil du wieder ein Gleichnis gemacht hast. Genau. Also das ist natürlich dann die kafkasche Wende. In der Forschung hat man das das gleitende Paradox bezeichnet, dass nämlich quasi eine Aussage immer wieder konterkariert wird durch einen Umschlag ins Gegenteil. Das ist eine Art, man könnte sagen, eine Art Dialektik, die aber nicht auf einen Schlusspunkt oder eine Synthese zielt, sondern sich quasi immer wieder neu aufhebt und widerspricht. Also einer sagt, gegen die Aussage, die Worte der Gleichnisse, die können uns heute gar nichts mehr bringen. Dann kommt der Nächste und sagt, wenn ihr das endlich darauf hören würdet oder wieder darauf hören würdet, ihr wärt der täglichen Mühe frei. Dann kommt der Nächste und sagt, ja schon, aber das ist ja nur ein Gleichnis. Und dann geht es weiter und dann kommen eigentlich diese Umkehrungen, dieses Umkehrungsspiel geht weiter. Also diese Dialektik. Du hast gewonnen, aber leider nur im Gleichnis. Und dann der letzte Umschlag. Nein, in Wirklichkeit. Im Gleichnis hast du verloren. Und das ist natürlich interessant, das sagt ja der Anwalt der Gleichnisrede. Das letzte Wort gehört diesem Anwalt der Gleichnisrede. Der sagt, das Gleichnis bringt dir sogar für die Wirklichkeit etwas und nicht nur fürs Gleichnis. Also die pessimistische Variante wäre zu sagen, ich kann nur im Gleichnis gewinnen. Das wäre quasi der Zweite. Und der Erste, der Verteidiger der Gleichnisse, sagt, nein, in Wirklichkeit hast du gewonnen. Ja, aber ich wette jetzt, dass der Zweite nicht genau weiß, was der Erste damit meint. Ja, das ist wahrscheinlich so. Und ich meine, das ist ja auch, man kann sagen, die Logik von Kafka's Texten, dass sie ja eigentlich nie wirklich auf eine affirmative, endgültige Aussage zielen, sondern eigentlich dieses Spiel, dieses nochmal gleitende Paradox eigentlich immer weiter treiben wollen. Also es zielt so ein bisschen eine Art Infinitum. Und dadurch funktioniert natürlich auch diese klassische Weisheitsrede bei ihm tatsächlich nicht mehr, die halt einfach dieses Didaktische hat und dieses Moralische. Das wird ja auch, selbst durch den Verteidiger der Weisenrede, wird das ja auch nicht aufgehoben. Also man kann das Gleichnis gar nicht auflösen und es verliert auch so ein bisschen Gleichniskarakter, weil es nicht mit einer Aufforderung verbunden ist. Weil die Aufforderung, glaubt doch einfach an die Gleichnisse, gleich wieder aufgehoben wird. Ja, genau. Also das Gleichnis funktioniert in dem Sinn nicht mehr, dass es einen Zweck erfüllt und diese klare Anweisung zu einer Handlung, zu zum Beispiel einem guten Leben, zu wie komme ich aus Problemen heraus, wie kann ich mit existenziellen Fragen umgehen, dass diese Antworten gibt, selbst dieses Gleichnis nicht. Das Einzige, was es vielleicht, wenn man den Ersten nimmt, positiv gibt, ist, versucht es doch mal mit den Gleichnissen. Sie können euch frei machen. Also ich finde, dieser Begriff frei finde ich hier stark, von der täglichen Mühe frei. Ja, und was ich hier auch stark finde, ist, dass halt beide Seiten drin sind, dass es einerseits den Aufruf oder den Denkanstoß drin hat, ah, was bedeuten denn Gleichnisse, was bedeutet das Hinübergehen, aber auch die Problematik, die damit verbunden ist, dass man es vielleicht auch einfach nicht kann oder dass es einfach auch mit Unklarheit verbunden ist. Ja, genau. Und man kann sich ja vielleicht den Kontext auch historisch vorstellen. Auf der einen Seite gibt es, ich sage mal, Theorien oder auch Bewegungen, die sich mit dem täglichen Leben wirklich beschäftigen, zum Beispiel der Sozialismus, der für Kafka durchaus eine bekannte Realität war, wo vielleicht gesagt wird, so etwas wie eine vielleicht letztlich theologische oder mystische Gleichheitsrede, das hat für uns gar keinen Sinn mehr. Aber das würde ja ein Kafka einfach nicht dann so programmatisch feststellen, eine Literatur heutzutage im Zeitalter der sozialen Probleme, die darf nur noch soziale Realität ungefiltert direkt ansprechen, sondern er sagt, ja, die alten Gleichnisse, die haben vielleicht trotzdem noch ihre Funktion. Sie können uns befreien. Und eben nochmals, der Begriff Freiheit hier ist ja ein starker, weil er verspricht etwas, aus den täglichen Menü herauszukommen. Das ist interessant, weil der Freiheitsbegriff ist mir jetzt hier gar nicht so ins Auge gesprungen, aber ist natürlich auch eine Idee, die ganz, ganz stark mit Weisheitsliteratur verbunden ist, Erleichterung, Freiheit, sich auch von alltäglichen Sorgen loslösen zu können. Genau, das ist ja wirklich stark. Der täglich Mühe, frei zu sein, das ist ja genau die Sorge, in der sich die Menschen bewegen, die sich beklagen über die Worte der Weisen, weil sie nur dieses tägliche Leben haben und nichts mehr anfangen können mit diesen Gleichnissen. Kommen wir zu einem weiteren denkwürdigen Text von Kafka, nämlich zur Türparabel oder auch vor dem Gesetz. In dieser kurzen Erzählung geht es um einen Mann vom Lande, der Eingang in das Gesetz zu erlangen versucht. Er wird vom Türhüter des Gesetzes damit vertröstet, dass es zwar möglich sei, hinein zu gelangen, aber nicht im Moment. Der Mann vom Lande wartet Jahr um Jahr und letztlich sein ganzes Leben lang. Er versucht, den Türsteher zu bestechen, tritt aber nie durch die Tür, die eigentlich offen steht, weil der Türsteher es ihm verbietet. Kurz bevor der Mann stirbt, fragt er den Hüter, warum eigentlich in all der Zeit niemand außer ihm Einlass in das Gesetz verlangt habe. Der Türhüter antwortet, der Eingang sei nur für den Mann vom Lande bestimmt gewesen und werde nun geschlossen. Wenn man diesen Text als Weisheitstext liest, könnte man ihn so interpretieren, dass der Mann vom Lande jemand ist, der Zugang zu den Gesetzmäßigkeiten des Lebens sucht. Aber weil er sich letztlich nicht energisch genug darum bemüht und sozusagen wartet, bis das Gesetz sich ihm von selbst öffnet, scheitert er schlussendlich daran, Zugang zu finden. Wie würden Sie das interpretieren? Würden Sie das auch auf den Mann vom Lande beziehen oder denken Sie, dass es der eigentlich der Türhüter ist, der im Fokus steht und die eigentliche Bedeutung des Textes vermittelt? Ja, es ist eine sehr schwierige Frage, weil das ist wiederum bei Kafka ein Spiel der Perspektiven. Es gibt zwei Akteure, die Sie vorgestellt haben. Es gibt den Mann vom Lande und es gibt den Türhüter. Dazwischen gibt es eine Institution, die heißt das Gesetz, das mit einer Tür versehen ist und nur durch diese Tür kriegt man Einlass ins Gesetz. Aber die beiden Akteure spielen in dem Sinn die Hauptrolle. Es ist interessant, dass diese Figur durchaus auch in der Traditionsliteratur existiert. Der Mann vom Lande, also jetzt spreche ich von der jüdischen Traditionsliteratur, die Kafka kannte, ist ein sogenannter Amhaaretz. Wörtlich heißt es wirklich ein Mensch vom Land. Der ist ein Ungebildeter. Eigentlich ist ein Amhaaretz ein Ungebildeter, der vielleicht die Schriften nicht so gut kennt und er möchte quasi in das Gesetz einlassen. Das würde dann in dem Sinn heißen, er möchte den Text kennenlernen. Also ein religiöses Gesetz, verstehe ich das jetzt richtig? Genau, die Tora. Die Tora, quasi als der Kern der hebräischen Bibel, ist oft dann auch bezeichnet als das Gesetz. Und in dem Sinn ist es völlig richtig, es ist ein religiöses Gesetz. Aber es ist natürlich völlig klar, dass Kafka das nicht nur auf diese religiöse Weise verstanden wissen will. Aber er spielt damit. Irgendwo schwingt diese Story mit. Und wenn man sie in diesem religiösen Sinn versteht, dann ist der Türhüter vielleicht eine Art Engelfigur. Und er verweist ja auch darauf, dass es noch weitere Hallen gibt. Und vor jeder Halle steht ein noch mächtigerer Türhüter. Und das ist genauso in der jüdischen Sagenliteratur. Da gibt es diese Vorstellung, dass man quasi Moses zum Beispiel zum Gesetz aufsteigt und das Gesetz kennenlernt und dann sich durch diese Hallen hindurch bewegen muss und ein Engel mächtiger als der nächste ist. Und er muss die wie überwinden. Das ist so wie eine Art ein metaphysischer Aufstiegsprozess. Also das ist jetzt religiös fast mystisch gelesen. Das könnte man tun. Ja, lustig, weil ich habe jetzt so spontan eher so an bürokratischen Hürdenlauf gedacht, den Sie auch anfangs erwähnt hatten im Kontext von Kafkaesk oder der Bedeutung von Kafkaesk. Das ist natürlich auch dabei. Also in dem Kontext des Romans, das ist ja im Kontext des Prozessromans, gibt es zwar so Hinweise auf diesen, sagen wir mal, religiösen Rest in dieser Parabel, denn vorgetragen wird die Parabel innerhalb des Doms, also in einem sakralen Bau von einem Geistlichen. Das ist eigentlich natürlich dann ein christlicher Kontext. Der jüdische Kontext wird quasi christianisiert, aber es ist ein sakral Kontext. Dennoch aber will der Geistliche eigentlich gar nicht wirklich ein religiöses Beispiel geben mit dieser Parabel, die er vorträgt an Josef K., sondern er will etwas ganz anderes. Es geht um das Problem der Täuschung. Er sagt zu Josef K., täusche dich nicht im Gesetz und dann von der Täuschung heißt es in den Schriften und dann liest er oder erzählt er die Parabel. Also ganz streng genommen innerhalb der Logik des Textes ist es ein Gleichnis über die Täuschung. Und ganz kurz zur Einordnung, dieser kleine Text vor dem Gesetz ist ein Text, der in dem Prozess vorkommt, in dem Roman. Genau. Man muss dazu noch sagen, Kafka hat ihn auch separat publiziert, aber eigentlich gehört er in dieses Umfeld, weil er wird sowohl vorbereitet wie auch nachdiskutiert. Also das heißt, vielleicht ähnlich wie bei dem Gleichnis über die Gleichnisse gibt es im Anschluss an dieser Parabel ein Gespräch zwischen Josef K. und dem Geistlichen über diese Parabel. Ja, ich wollte gerade sagen, der Text wird ja herangezogen als Gleichnis. Genau. Der Theologe will K. etwas zeigen oder deutlich machen mithilfe dieses Gleichnis. Wobei hier geht es ja um eine Parabel. Ist Parabel und Gleichnis das Gleiche? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das didaktische Moment teilen beide. Also sie wollen beide indirekt, man kann vielleicht da nochmal sagen, mit diesem G hinüber, also dieses Übertragen, man will etwas Abstraktes so formulieren, dass es eben konkretisiert wird, wie zum Beispiel das Problem der Täuschung. Das wäre der abstrakte Gedanke, den der Geistliche dem Josef K. übermitteln will. Aber er sagt es ihm nicht direkt, sondern er zeigt das über dieses Gleichnis, das in den Schriften vorhanden ist, das er quasi nur noch zitiert. Dort heißt es über das Problem der Täuschung. Und natürlich muss man jetzt anfangen nachzudenken, was ist eigentlich über das Problem der Täuschung in dieser Parabel gesagt. Und wer wurde von wem getäuscht? Genau. Wer wurde von wem getäuscht? Das ist die Preisfrage. Und darüber diskutieren ja Josef K. und der Geistliche im Anschluss auch tatsächlich. Das heißt aber, dass der belehrende Charakter dieser Parabel gar nicht so deutlich ist, weil es muss diskutiert werden im Anschluss. Ja, genau. Er ist nicht evident. Also es heißt, im Dialog muss es erst erschlossen werden. Und das heißt auch, er ist Missverständnissen und Vieldeutigkeiten ausgesetzt. Und das sagt auch der Geistliche. Also das Problem des Missverstehens ist absolut mit einkalkuliert und mitreflektiert. Denn man könnte sagen, auch in dieser Moderne, wo dieser Text spielt, das ist auch nicht mehr die alte Zeit, man kann sagen, einer biblischen oder einer Zeit, wo die Bibel noch irgendwie eine echte Autorität war, sondern das ist eine moderne Zeit, wo diese Gleichnisrede eben auch nicht mehr so selbstverständlich war. Man muss sich da wie reindenken. Und das Problem ist dann, dass man die Gleichnisse eben nicht wirklich versteht, sondern dass man sie eher missversteht. Und im Gespräch, im Anschluss, werft der geistliche Josef K. eben mehrfach vor, du missverstehst das Gleichnis. Also diese Ambivalenz, die in den Gleichnissen dann steckt oder auch denen inhärent ist, dass die wiederum auch verwendet werden kann in der Argumentation, um zu sagen, nein, ich habe es richtig verstanden. Damit ist das gesagt. Aber nicht das, was du denkst. Das ist ein guter Punkt. Also man kann die Interpretation verwenden, man könnte fast sagen, zur Selbstbehauptung der eigenen Position. Das ist das, was Josef K. eigentlich die ganze Zeit tut in dem Prozess. Er will sich die ganze Zeit verteidigen, exkulpieren, selbst behaupten, auch in der Interpretation dieses Textes, weil er schlägt sich natürlich sofort auf die Seite von dem Mann vom Lande, weil er sich mit dem identifiziert. Er hat nicht Zugang zum Gesetz, er will das Gesetz verstehen, er fühlt sich komplett ungerechtfertigt, angeklagt, verhaftet und überhaupt juristisch irgendwie verfolgt. Das ist ja die Situation, in der sich Josef K. befindet, im Prozess. Und der Geistliche vertritt dann auch tatsächlich eher die Position des Türhüters, von dem er sagt, ja, eigentlich versucht er ihm ja zu helfen. Und er hilft ihm sogar mehr, als er eigentlich müsste, indem er ihn warten lässt und sagt, hier ist ein Schemel, setze ich hin und sagt, du kannst zwar jetzt nicht rein, aber vielleicht später und er gibt ihm so Perspektive. Aber was da auch zum Ausdruck kommt, ist ja irgendwie auch so ein ganz deutliches Machtgefälle von jemandem, der auf der Suche ist und jemandem, der scheinbar weiß oder behauptet zu wissen und die andere Person von seiner Suche abhält. Ja, genau. Also man könnte sich den Mann vom Lande in einer revolutionären Version vorstellen, dass er nämlich einfach den Türhüter vielleicht beiseite schubst oder nicht mal, sondern einfach an ihm vorbeigeht und rein. Und das wäre vielleicht sogar die richtige Variante gewesen. Also bleibt er auch offen am Schluss vom Text, der hätte der Mann vom Lande einfach hineingehen sollen. Genau, also der Türhüter suggeriert das ja fast, dass dieser Eingabe war nur für dich bestimmt, ich gehe jetzt und schließe ihn. Das ist natürlich ja vernichtend, weil der Mann vom Lande sterbend letzte Kräfte das quasi so erfährt, dass eigentlich er nur hätte hereingehen sollen. Aber jetzt noch zurück darauf, dass man eben so Gleichnisse oder Parabeln auch für sich verwenden kann und sagen kann, nein, nein, ich habe es richtig verstanden, nicht du, deutet das aber schon von Anfang an darauf hin, dass man die Parabel eigentlich nicht verstanden hat, weil sie sich nicht auflösen lässt. Das hätten wir vorher mit dem Gleichnis auch. Es lässt sich nicht auflösen, die Ambivalenz steckt da irgendwie drin oder würden Sie sagen, nee, man kann gut argumentieren, dass die Parabel verstanden hat und die andere Person nicht? Ja, also der Geistliche sagt an einer Stelle, das ist ziemlich interessant, dass Verstehen und Missverstehen einer Sache zum Teil auch manchmal dasselbe sein können. Also anders gesagt, man bekommt eigentlich gar keine Sicherheit mehr. das Gespräch über das Gleichnis ist hier noch viel komplexer als im Fall von den Gleichnissen, wo eigentlich der Wortwechsel zwischen dem ersten und dem zweiten relativ kurz ist. Und hier ist der Wortwechsel zwischen A und B, also Türhüter, Mann vom Land, der ist sehr viel länger und sehr viel komplexer und es werden noch andere Meinungen einbezogen, so als gäbe es schon eine lange Diskussion über dieses Gleichnis, was tatsächlich auch der Fall ist. Also es wird quasi schon auf eine Tradition verwiesen, in der dieser Text, der offensichtlich fast kanonisch ist, als Weisheitstext wahrscheinlich, könnte man sagen, dass der zu deuten ist und aber einfach nicht mehr wirklich funktioniert. Also das ist ja nochmal so ein ähnlicher Punkt. Die Didacte des Textes, die geht nicht mehr auf. Die Moral des Textes, also die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich die Moral der Geschichte, die ist eben nicht mehr so leicht zu finden. Aber das ist schon eine Eigenschaft von diesen kafkaesken Parabeln, oder? Also das ist nicht bei allen Parabeln so. Das ist ganz klar Kafka, also die Parabel wird verwendet von ihm sehr oft, aber sie funktioniert nicht mehr. Und macht sie das auch zu einem besonderen Vehikel für Weisheit vielleicht? Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Das verbindet auch die Parabel vor dem Gesetz mit dem Gleichnis über das Gleichnis, das nämlich bei der Weisheitsliteratur eigentlich eine Art Skepsis gefordert ist. Also das hat ja auch was Naives, wenn wir behaupten, mit ein paar schönen Gleichnissen können wir unser Leben leichter machen oder können wir Antworten finden auf religiöse, existenzielle, alltägliche Fragen. Das hat so was ja, Einlullendes. und Kafka, man könnte fast sagen, gewährt uns Lesern sich selber auch sowas gar nicht. Also Antworten, einfache Antworten zu finden durch ein paar schöne Gleichnisse, also wenn man irgendwelche Spruchweisheiten sich vorstellt und sich mit denen durchs Leben hangelt, das findet man bei Kafka wirklich nicht. Also das ist auch hier wieder so eine Reflexion auf Weisheitssprüche oder auf Weisheitsliteratur generell und führt sie quasi so ein bisschen an ihr Limit und zeigt, das ist vielleicht nicht immer blöd, aber wir kommen auch ganz schön schnell an die Grenze damit. Ja genau, das ist glaube ich eine gute Formulierung, dass es führt sie ans Limit ihres Funktionierens und das Überraschende ist aber dann, wenn es trotzdem plötzlich nochmal eine Rolle gibt für die Gleichnisse, wo sie eben doch etwas bringen können, eben wo sie plötzlich etwas wie Freiheit versprechen können. Bei der Tüchterparabel ist es, man kann sagen, nicht so in diesem Sinne, ja man könnte fragen, was ist eigentlich der Gewinn dieses Gleichnisses? Ich glaube, der Gewinn ist ein Reflexionsprozess im Dialog zwischen den beiden. Es ist nicht, dass einer dem anderen etwas so direkt mitteilen kann, aber sie fangen im Gespräch an zu reflektieren und das ist ein Hin und Her und am Schluss ist sicher gewonnen, dass das Gleichnis diese Reflexion in Gang gesetzt hat. Aber Sie meinen eben auch so, dass als Gleichnisse gegen alle Gleichnisse zu verstehen, wäre auch falsch. Das wäre natürlich falsch, also dann hätte Kafka das Gleichnis ja gar nicht eingefügt. Es ist das Spiel mit den Gleichnissen und natürlich auch gegen die Gleichnisse zugleich, aber auch wiederum trotzdem mit ihnen. Kommen wir jetzt noch kurz zu seinem Leben, bevor wir nachher nochmal auf zwei Texte von Kafka eingehen. Kafkas Leben als Künstler war, glaube ich, nicht besonders glücklich, was sich auch in den Arbeiten widerspiegelt, die ja schon auch oft sehr beklemmend sind. Ich habe gelesen, wie schwer es für ihn war, überhaupt seiner Lebensaufgabe und dem Schreiben irgendwie Raum zu geben und sich dem widmen zu können. Gab es auch fröhliche Phasen in seinem Leben oder fröhliche Seiten seines Lebens? Ja, das ist eine interessante Frage, weil tatsächlich, ich glaube, es gibt so eine Generalwahrnehmung Kafkas von einem Autor, der das düstere, abgründige, absurde, also man denkt, das ist quasi das Leben unter negativen Vorzeichen, da gibt es gar nichts Positives, Erfröhliches und er wurde wirklich auch als solcher Autor dann durchaus auch regelrecht zurückgewiesen. Also das ist der Autor, der von bürgerlicher Dekadenz, also insbesondere in sozialistischen Ländern in den 60er, 70er Jahren, in der DDR war Kafka, das ist bürgerliche Dekadenzliteratur. Da kann man nichts draus gewinnen. Aber das ist, glaube ich, ein schweres Missverständnis. Und vor allem haben Sie völlig recht, nach dem Humor zu fragen. Also ich denke, es gibt hier viel mehr Humor zwischen den Zeilen, nicht direkt. Also es ist kein Heine. Wenn man Heine liest, lacht man, die Reisebilder zum Beispiel. Das ist bei Kafka sehr selten. Also es gibt tatsächlich fast keine Texte, die irgendwie positiv ausgehen. Und einer der ganz wenigen ist ja der Bericht von Akademie, wo der Affe, der Mensch wird, eine Art Erfolgsgeschichte erzählt und am Schluss wirklich, man kann sagen, eine Laufbahn durchgeht, wo man sagen kann, er kommt aus einer negativen Situation, Gefangenschaft, hin in eine positive, wo er in der Gesellschaft Geltung erlangt. Das ist ein Unikat bei Kafka, weil die meisten Texte erzählen die Geschichte genau umgekehrt. Es sind Figuren, die in eine Problemlage hineingeraten, aus der sie quasi nicht mehr herauskommen, sondern das Ende steuert eigentlich auf eine Katastrophe hin. Wie jetzt zum Beispiel bei dem Mann vom Lande, der stirbt vor der offenen Tür des Gesetzes. Genau, oder natürlich auch bei Josef K., der am Schluss im Steinbruch erschlagen wird, wie ein Hund. Also heißt es ja dann. Schon auch gewalttätig. genau. Genau. Und was ist mit den fröhlichen Seiten? Also es gibt sie, aber wo? Ja genau. Also man kann es vielleicht einerseits so beschreiben, dass es gibt viel Ironie dazwischen. Ich glaube, das war nicht immer nur ernst gemeint. Das war auch so unter wie einem verkehrten Vorzeichen gedacht. Es gibt Berichte darüber, wie Kafka seinen Text in der Strafkolonie mit seinen Freunden gelesen hat. und das ist ja vielleicht einer seiner brutalsten Texte mit dem Apparat, der eine Exekutionsmaschine ist und dann auch quasi vor den Augen eines Zuschauers dann den Demonstranten wirklich ersticht und tötet. und da gibt es einen Bericht darüber, wie er diesen Text vor den Freunden gelesen hat, ständig anhalten musste vor Lachen. Weil das auch eine komische Humor gehabt hat. Ja, irgendwie schon, aber ich glaube, man muss das wie versuchen zu finden, was ist eigentlich, klar, es ist ein dunkler Humor, aber was ist eigentlich der Witz dabei? Also es gibt einen Witz bei vielen dieser Geschichten, wo man auch sagen kann, wo kann man da lachen? Oder beim Prozess, der Anfang ist eigentlich eine Komödie und Josef K. sagt es auch, dass diese angebliche Verhaftung, so beginnt der Text ja auch, und er sagt, ja gut, das ist eine Komödie, er hat Geburtstag, seine Arbeitsfreude erlauben sich einen Scherz und dann sagt er an einer Stelle ganz am Anfang, ist es eine Komödie, so spiele ich sie mit. Und das tut er dann auch, aber nur die Komödie schlägt dann irgendwann um. Das heißt, es gibt das Tragische und das Komische Nebeneinander. Und könnte man das vielleicht auch so ein bisschen als Selbstironie verstehen, auch einen Umgang damit, dass er auch selbst vielleicht ein sehr beklommenes Gefühl hatte in seinem Leben und das dann aber halt nicht nur beklommen war, auch wenn es so schien oder auch wenn es einen großen Teil eingenommen hat. Ja, also man könnte schon überlegen, ob jetzt so viel Dunkelheit wirklich erträglich ist und ob es dann so etwas wie eine Erleichterungskomik braucht. Aber ich glaube, das Komische oder das Humorvolle hat noch einen stärkeren Platz. Es ist nicht nur sich ein bisschen Erleichterung verschaffen in einer eigentlich dunklen Welt, sondern es hat auch etwas Widerständiges, etwas fast Karnevaleskes, also etwas einzuführen. Zum Beispiel auch im Schloss gibt es zwei Figuren, die eigentlich wie Komiker sind. Die repräsentieren so etwas, was eigentlich das Bürokratische des Schlosses in Frage stellt, eben auf so eine Art bachdienische, karnevalistische Art und Weise. Und so absurde Sachen können ja schon auch so eine Situationskomik hervorrufen, oder? Genau. Also ich glaube, wenn man genau hinschaut, hat fast jeder Text irgendwo dieses Gegenmoment, dieses Karnevaleske, wo dieses Dunkle einer bürokratisch durchorganisierten oder auch existenziell tragischen Welt aufgelöst wird durch etwas anderes und hinterfragt wird, was eben auch komisch ist. Ich habe vorher schon erwähnt, dass das Schreiben selbst für Kafka sehr, sehr zentral war. Also er das, glaube ich, auch so als Lebensaufgabe verstanden hat. Soweit ich weiß, pendelte das bei ihm hin und her zwischen Äußerungslust und auch dann aber wieder so einer fast schon mystischen nächtlichen Versenkung, wo er dann nächtelang nur geschrieben hat. Er hat, soweit ich weiß, das Schreiben selbst in seinen Tagebüchern als die ergiebigste Richtung seines Wesens beschrieben, neben denen alle anderen Tätigkeiten, Essen, Trinken, Philosophieren, er schreibt auch von Freuden des Geschlechts, leer und unbedeutend würden. Er wollte dann aber viele seiner Texte gar nicht publizieren. Wie hängt das zusammen? Ja, es ist richtig, dass das Schreiben, die Literatur für ihn, man kann sagen, ziemlich früh, ja, ungefähr im Alter von 25, 30, wurde es absolut zentral und er wollte quasi nur noch, wie er das auch formuliert hat, nur Literatur sein. Und die Stelle, auf die Sie jetzt hingewiesen haben, die würde ich sogar gerne vorlesen, weil die ist sehr stark. Die ist ein Tagebuch im Januar 1911, wo er noch kein Buch publiziert hat, einige Texte in Zeitschriften. Wie alt war er da ungefähr? Da war er unter 30, also so 26, 27, ähm, rechne, rechne. Also jedenfalls unter 30 und noch nicht arriviert, in keiner Weise als Schriftsteller und trotzdem ist für ihn klar, er will nur das. Und dann schreibt er, als in meinem Organismus klar geworden war, dass das Schreiben die ergiebigste Richtung meines Wesens sei, drängte sich alles hin und ließ alle Fähigkeiten leer stehen, die sich auf die Freuden des Geschlechtes, des Essens, des Trinkens, des philosophischen Nachdenkens, der Musik zuallererst richteten. Ich magerte nach allen diesen Richtungen ab. Und diese Formulierung, ich magerte nach all diesen Richtungen ab, zeigt ja so eine ganz, ja fast ein bisschen, man könnte was sagen, anorektische Haltung gegenüber dem Leben. Also es gibt die Freuden des Lebens, aber nicht nur das, es sind auch wie andere Dinge, aber es hat schon sehr viel mit dem Körper zu tun. Die Freuden des Geschlechts, das Essen, das Trinken und noch ein paar andere Fähigkeiten, die werden wie zurückgebildet, ganz bewusst abgemagert, das ist schon eine harte Formulierung. Also auch so asketisch, bewusst zurückgehalten, um den Raum fürs Schreiben freizumachen. Genau, genau. Also es heißt, es heißt natürlich auch ein Stück weit Konzentration auf das Schreiben. Also positiv gesagt, Konzentration war für ihn extrem wichtig. Übrigens, kleine Anekdote, an dem Punkt, Kafka war extrem lärmempfindlich, was im Tagebuch oder in Briefen immer wieder auftaucht, auch in Szenen, die sehr lustig sind, wie er beschreibt, wie er leidet, wenn irgendwelche Nachbarn zu hören sind, das hat ihn zur Verzweiflung gebracht und er konnte nicht schreiben, wenn irgendwie was zu hören war, links und rechts und er brauchte, das sagte er an anderer Stelle, Ruhe wie im Grab. Das ist auch eine harte Formulierung, also eine Art Totenstille, wörtlich um sich herum umschreiben zu können und dieses Abmageren in alle Richtungen hin zeigt es eigentlich auch. Also umschreiben zu können, braucht er komplette Ruhe, komplette Isolation. Askese ist, glaube ich, hier natürlich der richtige Ausdruck. Es hat fast etwas Heiliges, etwas Religiöses, aber natürlich ist es nicht religiös gemeint, aber in der Funktion. Aber schon auch eine Distanzierung vom alltäglichen Leben, also von dem er ja in den Gleichnissen spricht und auf das er auch positiv referiert, hat ihn dann aber auch abgehalten von vielleicht dem drüben, das im Schreiben für ihn steckte. Ja, man darf sich natürlich nicht täuschen, er war ja das Leben, das er, bevor er wirklich krank wurde, früh pensioniert wurde, er war ja schon auch mit beiden Beinen in einem Berufsleben drin, er war in einer Versicherungsanstalt tätig, die sich um Arbeiterunfälle gekümmert hat, also Arbeiterunfallversicherung, er hat Betriebe untersucht auf ihre Gefahren für Arbeiter, an Maschinen zum Beispiel, also er war in dem Sinn sehr down to earth mit seinem Beruf und er hat seinen Beruf eigentlich nicht gehasst, er war dort sogar sehr ehrgeizig, also das darf man nicht vergessen, aber trotzdem war für ihn im Grunde die Literatur das, worauf sich dann alles hinbewegt hat, wie er sie ja formuliert. Und wenn er dann aber behauptet, er hätte seine Werke gar nicht veröffentlicht wollen, ist das eine Art von Selbstinszenierung oder würden Sie da eher sagen, vielleicht hat das auch tatsächlich was mit einer weisen Haltung von sich nicht so wichtig nehmen oder das Schreiben als Selbstpraktik, die man aber eigentlich gar nicht braucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Würden Sie das? Ja, das ist ein interessanter Punkt, also die Frage, ob er seine Texte nicht veröffentlichen wollte oder das auch nicht sehen wollte und das als vielleicht Weisheit gesehen hat. Ich bin ein bisschen unentschieden. Ich meine, einerseits gibt es im Testament, das ja sehr bekannt ist, die Aussage, dass all seine Texte zu verbrennen sind und alle unpublizierten Manuskripte natürlich insbesondere und nur einige ganz wenige Texte Geltung haben dürfen, unter anderem die Verwandlung und das Urteil und der Hungerkünstler und so weiter, also ein paar wenige Erzählungen, alles andere soll verbrannt und vernichtet werden. Ich glaube schon, dass es da so etwas gibt wie, was ich gesagt habe, das hat eigentlich gegen außen gar keine Geltung. Das war für mich wichtig, für meine Entwicklung, aber das war jetzt nicht dazu da, um das Leben eines erfolgreichen Schriftstellers zu leben, der in der Gesellschaft Geltung hat, sondern der für sich eine Kunst entwickeln will, die vielleicht sogar irgendeine Absolutheit hat, eine Radikalität. Wenn ich so an dieses abgekapselte Leben denke, dann hat das für mich auf jeden Fall nichts Glückliches oder nichts, was ich mit Weisheitsliteratur in Verbindung bringen würde. Ja, aber es gibt, glaube ich, den Typus des Weisen, der Asket ist, der vielleicht sogar ein Märtyrer im gewissen Sinn oder einer, der ganz isoliert irgendwo in der Natur lebt, ein Eremit. Sowas in der Art, ich glaube, das gibt es schon, dass vielleicht die höchste Weisheit oder eine bestimmte Form der Weisheit aus dieser Isolation und Askese heraus sich erwächst. Er wächst. Also auch heilige Figuren gibt es ja genau diese Art von Stellung haben. Sie stehen ganz klar außerhalb der Gesellschaft, aber man fragt sie um Rat und man kann sie um Rat fragen. Ja, da gibt es ja einige bekannte Beispiele dafür. Und das geht vielleicht auch nochmal in die Richtung zu sagen, ja, Weisheitsliteratur ist nicht immer nur das, was Glück verspricht oder diese Idealvorstellung des Glücks, dass das vielleicht auch was ist, was vorgegaukelt wird, eine Illusion oder das Weisheit nicht unbedingt in der Erlösung endet. Genau. Also Glück versprechen, das ist sicher etwas, was Kafka nicht… Das war nicht so sein Ding. Nein, das war nicht so sein Ding. Aber gerade auch in dieser asketischen Geste eine Form der Weisheit drin ist, die auch damit einhergeht, dass man sich nicht zu wichtig nimmt. Dass man so eine Art Bescheidenheit auch lebt und außerhalb der Gesellschaft stehen kann und nicht dafür, ich sage mal, Texte schreibt oder philosophiert, dass man in der Gesellschaft Geltung findet. Wir haben gerade schon den asketischen Lebensstil und die Künstlerexistenz Kafkas angesprochen und im Anschluss daran möchte ich mit Ihnen über einen Text sprechen, der mir hier sehr passend erscheint, nämlich den Hungerkünstler. Können Sie den vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Ja, das passt tatsächlich sehr gut, denn die Problematik, über die wir gerade geredet haben, um die geht es da? Es geht um die Frage eines Künstlers oder einer bestimmten Form der Kunst, die wir jetzt einfach mal Hungerkunst nennen in der Gesellschaft. Und der Hungerkünstler tritt eigentlich in dieser Erzählung in einer Zeit auf, wo diese Kunst nicht mehr wirklich geschätzt wird. Und es ist hier auch eine Art, man kann sagen, Verfallsgeschichte dieser Kunst, nicht weil der Künstler sie nicht beherrscht, sondern weil die Gesellschaft sie nicht mehr schätzt. Und man bekommt mit, wie er zunächst noch von einem Impresario quasi präsentiert wird und auch die Kunst geschätzt wird. Aber das ist eigentlich schon eine ausklingende Zeit. Die nächste Phase ist dann, dass er quasi aus dieser Varieté-Kunst in einen Zirkus rüber wechselt, weil die Varieté-Kunst ihn auch nicht mehr wirklich interessiert oder sie sich nicht mehr für ihn interessiert und im Zirkus ist er dann nur noch eine Randerscheinung neben den Tierkäfigen oder auf dem Weg zu den Tierkäfigen, zu den Stallungen und die Leute nehmen ihn gar nicht mehr wahr, obwohl er seine Hungerkunst eigentlich immer weiter perfektioniert. Und das, was er tut, ist einfach hungern oder nicht zu essen. Genau, die Kunst besteht wirklich darin, man kann sagen, als Käse, völliger als Käse, nichts essen. Jetzt am Schluss der Geschichte stellt sich heraus, dass der Hungerkünstler ja nicht das Hungern als Kunst praktiziert hat, sondern einfach nichts gefunden hat, was ihm geschmeckt hat und das Hungern für ihn selbst gar nicht schwierig war. Das war gar nicht das Problem für ihn. Wie lässt sich das einordnen? Ist er somit auch ein falsch verstandener Künstler? Ja, das ist ein Turn, der aus meiner Sicht die Geschichte so wie unerwartet umdreht. Lange funktioniert die Geschichte, also genau bis zu dem Moment, wo er sagt, ich habe eigentlich nur nicht die richtige Speise gefunden, die mir schmeckt. Ganz am Ende quasi sein letzter Satz, den er nur noch haucht und gar nicht mehr kräftig sagen kann. Lange bis dahin denkt man, die eigentliche Absicht des Hungerkünstlers ist die perfekte Hungerkunst. die eben darin besteht, die volle Askese und das Wie noch weiter treiben und dafür auch zu leben und zu sterben buchstäblich. Das ist quasi eine absolute Kunst, die alles andere ausschaltet. Und dann kommt diese Wende, wo klar wird, im Grunde ist es gar nicht die Kunst, sondern mir fehlt nur die Nahrung, die mir schmeckt. Was dann wieder irgendein profanes Problem zu sein scheint. Ich muss sagen, für mich ist das bei dieser Erzählung so wie eine Nadel in einen Ballon reinzustecken, das macht so Puff und man denkt, warum denn überhaupt diese ganze Kunst? Gerade dieses Ende funktioniert für mich nicht ganz so gut, ehrlich gesagt. Also ich kritisiere Kafka sehr ungern, aber es funktioniert natürlich auch deshalb plötzlich doch wieder, weil es hat wieder so eine dialektische Wende. Also die Kunst ist eigentlich wie sekundär, sondern es geht eigentlich um das Leben, um Essen und Trinken. Ja, ja, und er möchte ja auch bewundert werden oder er genießt die Bewunderung auch. Deswegen funktioniert ja auch der erste Teil so gut, dass man mitgeht und sich auch täuschen lässt von der Situation und der Darstellung, es sei ein echter Hungerkünstler, der das Hungern zur Kunst gemacht hat und nicht nur jemand, dem einfach nichts schmeckt. Ja, genau. Ich meine, sonst hätte er das ja auch sagen können, bringt mir mal andere Speisen und so. Aber es ist klar, es ist natürlich ein Erwartungsbruch, der das natürlich nochmals interessant macht in dem Verhältnis von Kunst und Alltag. Ich glaube, der Drehpunkt ist schon die absolute Profanierung, weil die Hungerkunst so etwas Absolutes kriegt. Das ist Kunst völlig jenseits von Gesellschaft, von Lebensbedingungen. Es ist eben absolute Kunst, also wörtlich losgelöste Kunst. Und wenn das Essen dann plötzlich so reinkommt, als ich habe noch nicht die richtige Speise gefunden, das ist dann sehr profan. Und auf den Hungerkünstler folgt dann der Panther. Oder der Hungerkünstler stirbt, wird entsorgt, auch sehr profan und auch ohne Begräbnis sozusagen. Und der Panther hat ein sehr natürliches Verhältnis zur Speise, zum Essen, ist sehr, sehr viel vitaler, weil sich auch die Moden verändert haben. Hat der Panther etwas, was der Hungerkünstler nicht hatte? Ja, ich meine, er ist natürlich das absolute Gegenstück. Sie haben den Begriff ja schon gebracht, er strotzt von Lebenskraft. Das ist quasi der Inbegriff des Vitalen, während der Hungerkünstler, der Eremit, genau das Gegenteil leistet. Er ist eigentlich ein Verweigerer von Leben und Vitalität. Und das ist genau seine Kunst, quasi über das Leben hinaus zu geben oder über dieses Vitale am Leben. und ich meine, das eine ist quasi auf dieser objektiven Seite, dieser Gegensatz, aber die andere Seite ist auch, man könnte sagen, die gesellschaftliche Seite. Wie reagiert die Gesellschaft darauf? Was will die Gesellschaft von Künstlern? Und während er quasi in der guten alten Zeit noch als Künstler gelten konnte und geschätzt wurde und auch diesen Impresario hatte, ist er in der Gegenwart, wo das am Ende dann spielt, verlagert sich das Interesse vom Publikum. Man will das Raubtier sehen, das hohes Fleisch frisst und man möchte nicht den Hungerkünstler sehen, der maximal an einem Glas Wasser nehmt. Und der Hungerkünstler stellt etwas dar, was erst bewundert wird und dann sich einfach die Vorlieben des Publikums verändern und er dann auch einfach genau das Gleiche weiterführt mit genau der gleichen Kunstfertigkeit, aber dann keine Beachtung mehr findet. Genau. Also insofern kann man sicher sagen, es geht hier auch um die Frage der Geltung der Kunst in der Gesellschaft. Das ist sicher auch ein Thema dieser Erzählung in diesem Bild der Hungerkunst. Natürlich ist es auch eine radikale Kunst, die Hungerkunst. Das ist eben eine, man könnte sagen, irgendwo eine antibürgerliche Kunst, eine Antikunst, vielleicht sogar, wie sie Kafka auch in gewissem Sinn betrieben hat. und das Gegenstück des Panther-Wertes ist eigentlich etwas anders als Kunst, es ist das Leben. Also der Hungerkünstler ist auf der Suche nach etwas, aber anstatt alles in sich hineinzufressen und alles auszuprobieren, sagt er, hm, mir schmeckt vielleicht sowieso nichts, dann esse ich lieber gar nichts. Diese Art der Askese aus Zurückhaltung vor all dem, was einem so begegnen könnte. Jetzt gibt es, abgesehen von dem Panther, bei Kafka noch ein anderes Tier, nämlich den Käfer bei Gregor Samsa in der Verwandlung, der am Schluss ebenfalls verhungert. Also das ist irgendwie auch so ein Topos, der sich da durchzieht, der magere Kafka, dann der Hungerkünstler, der verhungert, der Gregor Samsa, der sich in Käfer verwandelt und verhungert. Können Sie das vielleicht ganz, ganz kurz so die relevanten Punkte der Geschichte zusammenfassen? Was passiert? Hier geht es um die Verwandlung, was passiert da drin? Ja, es ist tatsächlich erstaunlich, dass die Verwandlung, die manche Jahre früher als der Hungerkünstler entstanden ist, eigentlich ein ziemlich analoges Problem beschreibt, nämlich, gut, dort kann man sagen, das ist nicht ein Künstler, sondern es ist ein Sohn, der eine Stellung in einer Familie hat. Es gibt Vater, Mutter, Schwester. Also man könnte sagen, es ist auch ein freudianisches Experiment, das durchgeführt wird. Es geht darum, dass der Sohn am Anfang die Familie ernährt, weil der Vater das nicht mehr kann. und einen ziemlich anstrengenden Job hat, er ist Handlungsreisender und an einem Morgen dann einfach nicht mehr aufsteht. Und man kann sagen, eigentlich die Arbeit wie verweigert, weil die ist sehr mühsam, immer im Zug unterwegs und irgendwelche Produkte verkaufen, das verweigert er. Und ich würde sagen, man kann diese Verwandlung in einen Insekt durchaus verstehen als Verweigerungshaltung. Also er will nicht mehr aufstehen, er will einfach mal im Bett bleiben und dann wird er aber sofort zum Schädling, zum nutzlosen Wesen, eine Arbeitskraft, die nicht mehr funktioniert, die die Arbeit verweigert und nicht mehr nur nicht nützlich ist, sondern schädlich, er ist ein Schädling. Also da wirklich auch das Insekt mit Ungeziefer auch parallelisiert. Genau. Also ich würde sagen, fast noch stärker Schädling, einfach in dem Sinn, dass er schädlich ist, dass er ihm nicht nützt, das braucht man nicht. Es ist auch eklig, es ist abstoßen, aber man braucht das gar nicht. Es hat keinen Nutzen und er kann die Familie nicht mehr ernähren, dadurch, dass er eben nicht mehr zur Arbeit geht. Also ich finde, diese Verwandlung hat etwas Rebellisches, des Sohnes. Der Sohn ist der Rebell. Er sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr aufzustehen, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten. Und gibt es ihm dann auch einen anderen Blick auf seine Situation und auf seine Familie und vielleicht auch auf die Lebenssituation, in der er sich vorher bewegt hat und die ihm ja offensichtlich zuwider war? Ja, alle verwandeln sich. Nicht nur Gregor Samsa verwandelt sich. Das ganze Umfeld, das familiäre Umfeld reagiert auf diese Verwandlung. und man kann vielleicht sagen, die Schwester ist zunächst ein verantwortungsloses, junges Mädchen und übernimmt nach und nach Verantwortung und am Ende der Geschichte ist sie eine junge Frau. Also man kann sagen, sie geht eine Verwandlung durch. Der Vater ist am Anfang nicht mehr arbeitsfähig, sitzt quasi nur noch im Sessel und liest Zeitungen. und in dem Moment, wo Gregor nicht mehr arbeitet, fängt der Vater wieder an zu arbeiten und übernimmt gewisse Arbeiten. Und man könnte sagen, das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was passieren sollte nach Freud, dass nämlich der Sohn die Stelle des Vaters übernimmt und quasi zum Familienoberhaupt wird. Und dieser Sohn darf das nicht und er wird quasi wie zurückgepfiffen. Er darf nicht erwachsen werden, er darf die Familie nicht ernähren, sondern er wird quasi als Sohn zum nutzlosen Schädling. Und der Vater übernimmt quasi die Stelle wieder, die er eigentlich gar nicht haben sollte. Ja, und es kümmert sich ja niemand wirklich um Gregor Samsa oder es scheitern alle daran, sich in ihn hinein zu versetzen. Sie gehen auch sehr grausam mit ihm um und trotzdem findet ein Transformationsprozess statt, aber Gregor Samsa ist ausgeschlossen von dieser Transformation. Genau, man kann sagen, für alle anderen geht es irgendwie gut oder besser auf, auf seine Kosten, entwickeln sie sich alle zum Positiven und er verkümmert immer mehr, bis er eben am Schluss förmlich vertrocknet, verhungert. Also er verhungert ja auch, er isst nicht mehr, also er verweigert die Nahrung. Er ist eigentlich Kafkas erster Hungerkünstler, das kann man ganz klar so sagen. Also dann, wie das Dienstmädchen sagt, krepiert, gefunden wird, ist quasi dasselbe Schicksal erreicht. Er wird weggewischt als vertrocknetes Tier. Und auch ein Hungerkünstler, der nicht unbedingt freiwillig sich das Hungern zur Kunst macht. Genau, er verweigert zwar die Nahrung, aber auch tatsächlich, die Schwester stellt ihm zwar noch irgendwas hin, aber es schmeckt ihm gar nicht. Er findet nicht die richtige Nahrung. Ja, Herr Kircher, das ist ein düsteres Ende für unseren Podcast, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt über Kafka und auch die Art und Weise, wie vielleicht auch so eine dunkle Art der Weisheit über seine Parabeln und Gleichnisse, die alle eigentlich nicht richtig funktionieren und dadurch dann eben doch funktionieren, ja, so eine dunkle Art der Weisheit vielleicht auch vermittelt wird. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Kircher. Sehr gerne, vielen Dank. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dranbleiben und lade Sie ein, weiteren Wisdom Talks zu lauschen und in der Vielzahl von Texten auf unserer Webseite www.metis.ethz.ch herumzustöbern. Wenn Ihnen jetzt noch etwas auf der Zunge brennt, senden Sie uns Ihre eigenen Gedanken, Ihre Kritik und Nachfragen. Auf unserer Homepage schalten wir auch Essays zu Weisheitsthemen und Weisheitspraktiken auf. Wir sind gespannt, was Sie uns schicken. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten dazu finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Dieser METIS-Weisheitstalk wurde von Martin Münich produziert mit Unterstützung der ETH Zürich und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum in Hamburg. Does Estado Marsch Will muss ich einen rufen? Wir müssen uns aber